Der 29. Spieltag in der DL2 steht an und damit herzlich willkommen aus Dresden, aus Energieverbund Arena. Ja, die Bräuche sind gut gefüllt noch vor Weihnachten. Wir hoffen natürlich, dass bei den beiden Mannschaften wieder alle fit sind und ein ordentliches Eissugelspiel heute zustande kommt. Ja, dass der Weihnachtsbraten verdaut ist. Tradition zum zweiten Weihnachtsfeiertag ist immer Eishockey in England. Bei der Randsportart sagt man Boxing Day. Ja, Scheibenverlust da. Müller mit dem Schuss. Tor! Tor für den SC Riestersee. Torschützen Nummer 61, Ritchie Müller. Wer sollte es auch sonst sein? Ja, die Parade-Reihe der DL2, die to-gefährlichste Reihe der Liga. Ja, dann packt er einfach den satten Schlagschuss aus. Da sehen wir es nochmal in die obere linke Ecke. Ja, und dann mit dem ersten Tor-Schuss der Gäste gehen diese auch direkt in Führung. Ja, das ging leider von dem Fehler von Alexander Höller aus, der da die Scheibe verloren hat. Ja, und das ist natürlich ein Start nach Maas für Riestersee hier in die Begegnung. Die sind immer aus Abwehrfehdern passiert, mit Fehlpässen oder ähnliches. Und das müssen die Dresdner einfach abstellen, ganz klar. Nächste Möglichkeit und Tor! Wieder das Tor! Diesmal hat Torschützen Nummer 9 Florian Vollmer. Matthias Beck mit der Vorlage, der Widergenesene. Lange Zeit ausgefallen, legt jetzt hier die Scheibe auf Vollmer vor und der Kapitän. Ja, der dann durch die Beine noch von Marco Eisnuss spielt. Ja, natürlich wird es ja jetzt in der Arena immer ruhiger. Ja, das haben sich die Eislöwen definitiv anders vorgestellt hier. Ja, ich glaube wir alle uns auch. Ich habe wirklich noch keinen, oder noch ein richtiger Spielplus, ist noch nicht wirklich vorhanden. Aber der erste Riestersee macht trotzdem die Tore. Wieder gut durchgesetzt da, vor das Tor, Rückhand. Das ist 3 zu 0 und wieder ein Tor. Und jetzt auch Pfiffe von den Zuschauern der Dresdner hier. Und was sind das bitte für erste 5 Minuten? Und das ist durchaus jetzt eine Maßnahme, dass Franz Steyr hier sogar mal eine Auszeit nimmt nach knapp 5 Minuten. Ja, aber aktuell sieht es noch nicht so aus. Ja, Eisenhut lässt er prallen und dann ist die Verteidigung einfach nicht zur Stelle, um die Scheibe da wegzuräumen. Ja, Franz Steyr muss auch einfach ein Zeichen setzen jetzt. Schmitz. Ja, Fehlpasst da wieder. So kommt der Eislöwen natürlich wieder an die Scheibe. Kriegst du auch den Scheibesrückenschuss, aber Stockhand von Demets. Ja, Tor! Tadas Kummelijauskas. Da kam die Scheibe von Thomas Schmidt. Und Kummelijauskas hält da einfach den Schläger dazwischen und denkt die Scheibe an, dem ist vorbei. Ja, der lässt hier nach außen prallen, macht damit alles richtig eigentlich und dann kommt Thomas Schmidt. Und Tadas Kummelijauskas hält einfach die Kelle in den Schuss. Und dann sehen wir bereits das vierte Tor hier nach noch nicht mal sechs gespielten Minuten. Ja, ich glaube, unserem Herrn in der Regie wird es nicht ganz so freuen. Er muss das Ganze wieder schneiden. Ja, ein guter Pass da jetzt. Und dann gibts. Ja, Strafe! Jawohl, jetzt! Und wieder Metzidal gegen Felix Thomas. Ja, aber Felix Thomas, der bückt sich einfach weg. Ja, aber Felix Thomas kam zuerst zu Zidal und wollte das Ganze. Aber der Hauptschiedsrichter hat das direkt vorher schon angezeigt, Strafe gegen beide. Aber ich denke jetzt, Metzidal wird eine höhere Strafe bekommen als Felix Thomas, da Metzidal die Handschuhe weggeworfen hat. Da sehen wir es nochmal. Felix Thomas kommt zuerst hin. Und das brauchen wir bei Metzidal nicht machen. Der nimmt sowas gerne an. Ja, bei Metzidal vielleicht auch schon etwas Frust nach der schnellen drei Tore oder nach dem schnellen drei Tore Rückstand. Ich habe auch gar nicht so richtig gesehen, was die Ausgangssituation war. Höller. Immer noch Höller. Schau wieder bei Redding Kramer. Wieder Alex Höller. Tor! Wieder Thalas Kummeliausgas. In Überzahl. Die Dresdler zum 3 zu 2. Und jetzt sind sie wieder drin in der Begegnung. Kleine Masse von den Augen von Thalas Kummeliausgas, der da einen Ticken wartet. Ja, da kommen schon eigentlich Pfiffe von den Rängen. Warum wartet der so lange, warum zieht der nicht direkt, aber dann in die kurze Ecke. Ja, Thalas Kummeliausgas wird immer mehr zum Klicksgriff, der Dresdler Eisner. Man muss nochmal sagen, er hat eine komplette Saison nicht gespielt. Wobei ich dir ehrlicherweise sagen muss, er hat richtig gut angefangen hier. Hat dann jetzt aber die letzten drei, vier Spiele nicht mehr so agil gewirkt wie am Anfang. Aber anscheinend hat ihm die zwei freien Tage gut getan. Jetzt ein Doppelpack von Thalas Kummeliausgas. Jetzt ein Doppelpack von Thalas Kummeliausgas. Oh, das ist ein Doppelpack von Thalas Kummeliausgas. Guck wie ich aus, Garst, spitzer Winkel. Jetzt noch mal kommt eine Möglichkeit. Und Richi Müller, der ist schnell. Der läuft. Der Dresdler-Verteidigung davon und Netz zum 4 zu 2 ein. Ja, da muss man einfach sagen, da hat die Dresdler-Defensive geschlafen. Wo war da der Verteidiger? Thomas Schmidt steht da links an der Bande. Und Richi Müller, den darfst du nicht so alleine stehen lassen. Richtig, und Stefanus ist dann einfach nicht schnell genug hinterher. Und Richi Müller macht das Ding natürlich dann. Ja, diesmal hat es ein paar Sekunden länger gedauert bei ihm. Knapp anderthalb Minuten. Aber die Dresdler wird wiederholt. Das kommt jetzt auch die Rufe da aus den Zuschauerrängen, dass die Zeit nicht läuft. Möglichkeit jetzt für Riesasee, Gomes und Tor! Tor für den SC Riesasee, Jarrett Gomes, Nets um 5 zu 2 ein, setzt sich hier durch gegen Pielmeier und dann mit der Rückhand, zum 5 zu 2, Martin Davidek, und dann wieder mit dem Fehler, Matthias Beck, wieder mit viel Geschwindigkeit, Höller kommt er noch, Strafe angezeigt, ja ich denke Penalty sogar, ja aber Scheibe ist im Netz, ja aber Strafe war vorher angezeigt, und auch abgefifftet vorher, hauptschiedsrichter zeigt auf Tor, ja schwierig zu entscheiden, also ich bin der Meinung, die Partie war vorher abgebrochen, ja seh ich ganz ähnlich, aber er hat's jetzt gerade beim Weggehen vom Tor angezeigt, oh da sieht alles noch nicht gut aus, die kurze Ecke muss er da einfach zu haben, ja und so wie's aussieht gibt er das Tor 6 zu 2 für Riesasee, ich bin persönlich sehr gespannt auf Henning Schrot und da ist die Scheibe schon im Tor, Und dann macht er keine glückliche Figur. Wir kennen ihn ja eigentlich nur von anderen Vereinen aus Grimmitschau und Frankfurt. Jetzt hier nach 27 Sekunden muss er das erste Mal hinter sich greifen. Und die Scheibe geht einfach in die kurze Ecke, in die Torwartecke. Ja, ein Torschützer müsste Maximilian Daubner gewesen sein. Hier aus der Jurterkamera nochmal besser zu sehen. Beim Zurückschieben quasi in die Positionen, lenkt er sich nicht selber rein. Unglücklicher Start für ihn. Ja, Daubner in der Torschütze. Sieh vor Ufrich. Ja, ordentliches Gewühl jetzt da. Eislöfchen bleiben im Scheibenbesitz. Schmidt verlangt er gut in seine Haare. Schmidt, Schuss, Tor! Ja, da hat keiner so richtig gesehen, wie die Scheibe durchgegen. Steve Hanusch. Da könnte noch Steve Ubrich gewesen sein, der da abgefälscht hat. Müssen wir uns aus der Über-Tor-Kamera nochmal ansehen. Dresden verkürzt auf 7 zu 3. Und hier sehen wir das Handgelenkschutz von Steve Hanusch. In die kurze Ecke. Ich denke, aus der Über-Tor werden wir es jetzt gleich besser sehen können. Da läuft Steve Ubrich. Schwierig zu sehen, aber ich denke schon, dass der so von Steve Hanusch durchging eher. Ja, glaube ich auch. Steve Hanusch auf jeden Fall. Renni Kramer mit viel Speed. Und Tor! Ja, warum waren die Tore vorher nicht saugt? Da fragt Renni Kramer mal einen satten Schlagschuss aus. Gut gesehen hier. Die Vorlage. Und Renni Kramer da ganz allein. Müsste Sebastian Zauner gewesen sein mit dem langen Pass. Und dann versucht es einfach mal in die lange Ecke. 4 zu 7. Der Kapitän der Dresden verkürzt. 3 Minuten und 7 Sekunden sind jetzt noch zu spielen. Heiler Gewitterspulti für Dresden. Da wäre jetzt natürlich die Möglichkeit für Franz Stehr auch mal Henning Schroth da rauszunehmen. Ja, durchaus, weil es zu verlieren hat er nichts mehr. Scheibe war noch frei. Und da hat Nicole Hedrische abgefiffen. Jetzt der Graventin gegen Triendl. Ja, sieht aus. Ja, Graventin hat da richtig Bocken drauf. Und Graventin gewinnt das Duell auch gegen Andreas Triendl. Ja, ich denke nur an mein Trikot, Robin. Das soll doch bitte heile bleiben. Ja, Triendl wird da von Graventin zu Boden gerungen. Ja, guter Einsatz da von Dominik Graventin, muss man sagen. Ja, da schnappt sich da einfach mal den Goldhelm der Gäste. Ja, da sehen wir es nochmal. Die Mathie war dann schon unterbrochen. Und da hat Triendl nochmal nachgeschlagen gegen Graventin. Ja, dann verständlich die Reaktion von Dominik Graventin. Ja, da zieht ihm erstmal das Trikot über den Kopf und dann Graventin teilt da ein paar gute Dinge aus. Ja, dann sehen wir es leider nicht mehr, das sind die anderen davor. Absolut lustig. Ich habe ja vor dem Spiel noch mit Dominik Graventin darüber gesprochen. Da fragt er mich noch, in wie viel Teilen ich das Trikot dann nach dem Spiel haben will. Und jetzt im Konto nochmal Riesersee über die Belgier. Und der Netzstein zum 8 zu 4. Überzahltreffer. Tja, damit Endstarter dürfte wahrscheinlich der Endstart sein. 34 Sekunden Verschluss 8 zu 4 für den SC Riesersee, die damit drei wichtige Punkte auch für die Tabelle mitnehmen. Ja, und Dresden damit auf Distanz hält. Die Eislöwen dann mit sechs Punkten Rückstand auf den SCR. Der Konto ist im Konto. Der Konto ist in einem 500. Spiel. Da kann man mit dem Schuss von Garten in seinem 500. Spiel. Hätte man ihm gegönnt, den Treffer. Es bleibt beim 4 zu 8, der SC Riesersee nimmt die drei Punkte aus Dresden mit. Wichtige drei Punkte, wir haben es schon gesagt. Und Dresden lässt natürlich wichtige drei Punkte liegen. Schnelle 3 zu 0 Führung für Riesersee. Damit war das Spiel ja eine Art Vorentscheidung schon. Dann kommt Dresden aber wieder zurück. Und dann hat Dresden eigentlich das Momentum auf seiner Seite. Man ist auf 3 zu 2 ran. Ja, dann verschläft man quasi wieder den Start im zweiten Drittel. Kassiert sehr, sehr schnell wieder das Tor. Applaus Kassiert sehr, sehr Riesersee. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020